Willkommen auf meinem Kanal. Wollt ihr mehr sehen? Abonniert mich einfach. Weil es die Wahrheit ist. Nicht abschalten, denn es geht noch weiter. Das deutsche Schulsystem. Dringend reformbedürftig. Das deutsche Schulsystem stammt noch aus Kaisers Zeiten. Das bedeutet, dass unsere Schülerinnen und Schüler in einer modernen, lebensnahen Zeit Inhalte lernen, die entweder völlig veraltet sind oder die kein Schüler für sein Leben braucht. Ein Beispiel verdeutlicht das Problem. Unser Schulsystem ist vergleichbar mit unserem Gehirn. Täglich werden Millionen von Daten durch das Erlebte gestaltet. Mit einem Stampfer. Volle 100%. Aber nur 15% davon können und werden im wirklichen Leben genutzt. Der Rest verstaubt in der mentalen Ablage P. Es ist an der Zeit, dass sich unser Schulsystem ändert. Unsere Schüler sollten das lernen, was sie im Leben wirklich brauchen. Alles andere sollte als Wahlfach angeboten werden, über das jeder Schüler selbst entscheiden kann. Wohnen und Haushalt. Warum eine eigene Wohnung? Wie findet man eine Wohnung? Was ist ein Mietvertrag? Welche Versicherungen braucht man? Welche anderen Verträge braucht man, zum Beispiel für Strom, Gas oder Internet? Ist es sinnvoll, ein Haushaltsbuch zu führen? Was hat es mit der GEZ auf sich? Wie führe ich einen Haushalt? Welche Grundnahrungsmittel sind wichtig? Von Lebensmitteln bis hin zu Putz- und Hygieneartikeln. Wie teilt man sein Geld sinnvoll ein? Achtet man auf Sonderangebote? Schaut man regelmäßig in den Briefkasten? Versicherung und Verträge. Was sind Versicherungen? Wozu dienen sie? Welche Arten von Versicherungen gibt es? Wie hängen Versicherungen und Verträge zusammen? Und was sind Verträge? Welche verschiedenen Verträge gibt es? Was ist bei Verträgen zu beachten? Welche Verträge sind sinnvoll? Lebensnotwendiges und Luxus. Was ist für den Menschen lebensnotwendig? Welche Grundnahrungsmittel gibt es? Was zählt als Luxus und was ist wirklich überflüssig? Wo kann man sparen? Stell dir vor, du hättest gar nichts und müsstest ganz von vorne anfangen. Handwerk und Kreativität. Wie richtest du deine Umgebung ein? Können sie ihre Möbel reparieren? Können sie streichen? Wie finanzieren sie ihre Projekte? Können sie ihre Kleidung nähen oder flicken? Können sie aus alten Dingen etwas Neues machen? Gesundheit und Soziales. Nehmen sie Medikamente ein und bewahren sie sie sicher auf? Ernähren sie sich gesund? Kochen sie günstig oder geben sie viel Geld aus? Trinken sie Alkohol oder ziehen sie gesunde Alternativen vor? Rauchen sie! Und wenn sie aufhören? Treiben sie regelmäßig Sport oder liegen sie lieber auf dem Sofa? Ist ihnen ihre Familie wichtig? Treffen sie sich regelmäßig mit ihrer Familie? Werden sie von ihrer Familie unterstützt oder nicht? Helfen sie ihrer Familie? Haben sie Freunde? Sind Freunde wichtig für sie? Wie oft sehen sie ihre Freunde? Sind es echte Freunde oder nur Partybekanntschaften? Unternehmen sie oft etwas mit ihren Freunden, Praktikum und Ausbildungsstudium? Ist ihnen ein Praktikum wichtig? Können sie selbst einen Praktikumsplatz finden oder brauchen sie Hilfe? Welche Art von Praktikum möchten sie machen? Soll es nur ein Schnupperpraktikum sein oder planen sie etwas Längerfristiges? Welche Erwartungen haben sie an das Praktikum? Streben sie eine Ausbildung oder ein Studium an? Welche konkreten Ausbildungs- oder Studiengänge interessieren sie? Sind sie qualifiziert oder fehlen ihnen bestimmte Voraussetzungen? Können sie sich selbst um einen Ausbildungs- oder Studienplatz kümmern oder brauchen sie Unterstützung? Wie bereiten sie sich auf Bewerbungsgespräche vor? Wie gestalte ich meine Bewerbungsunterlagen? Welche beruflichen Perspektiven sehe ich nach der Ausbildung oder dem Studium? Berufsvorbereitung und Arbeitsleben Was möchten sie beruflich erreichen? Welche Schritte fehlen noch? Was motiviert sie? Sind sie ein Frühaufsteher? Können sie im Schichtdienst arbeiten? Sind sie flexibel? Lassen sich Beruf und Familie vereinbaren? Handelt es sich um eine langfristige berufliche Perspektive? Oder haben sie einen Plan B für ihre berufliche Zukunft? Selbstständigkeit Der eigene Chef sein Was genau bedeutet Selbstständigkeit? Welche Art der Selbstständigkeit möchten sie anstreben? Sind sie sich über ihre zukünftige Tätigkeit im Klaren? Haben sie ein durchdachtes Konzept? Welche Rechtsformen sind möglich? Wie ist die Krankenversicherung geregelt? Wie sieht es mit der Altersvorsorge aus? Was sind Steuern und wie gehen sie mit dem Finanzamt um? Welche Rolle spielt Werbung in der Selbständigkeit? Und wie profitiert man von Netzwerken? Sicherheit im Internet Wie gehen sie verantwortungsvoll mit dem Internet um? Kennen sie die Gefahren der Gewinnspielmafia? Welche Risiken gibt es beim Chatten? Wie schützen sie ihre persönlichen Daten im Internet? Im Bereich der Beantragung verschiedener finanzieller Hilfen und behördlicher Anforderungen gibt es eine Vielzahl von Anträgen, die im Leben oft benötigt werden 1. Arbeitslosengeld I und Arbeitslosengeld II Wenn sie arbeitslos werden oder in eine finanzielle Notlage geraten, müssen sie möglicherweise Arbeitslosengeld I, Arbeitslosengeld I oder Arbeitslosengeld II, Arbeitslosengeld II auch Bürgergeld genannt, beantragen Diese Leistungen dienen der finanziellen Absicherung in Zeiten der Arbeitslosigkeit 2. Wohngeld beantragen Wenn es ihre finanzielle Situation erfordert, können sie Wohngeld beantragen Dieses staatliche Förderprogramm unterstützt Menschen bei den Wohnkosten und kann helfen, die Mietbelastung zu senken 3. Elterngeld beantragen Eltern, die Nachwuchs erwarten oder bereits ein Kind haben, können Elterngeld beantragen Dieser Antrag ermöglicht eine finanzielle Unterstützung, um die Zeit der Elternzeit zu überbrücken und die Familie zu unterstützen 4. Antrag auf Kindergeld Kindergeld ist eine wichtige finanzielle Unterstützung für Familien mit Kindern Es kann für jedes Kind beantragt werden und trägt zu den Kosten der Kindererziehung bei 5. Antrag auf Kindergeldzuschlag Neben dem Kindergeld gibt es den Kindergeldzuschlag, der Familien unterstützt, die trotz Kindergeld Anspruch auf zusätzliche finanzielle Unterstützung haben 6. Die Wohnungsgeberbescheinigung Wenn Sie eine neue Wohnung beziehen, müssen Sie oft eine Wohnungsgeberbescheinigung vorlegen Diese bestätigt, dass Sie in der neuen Wohnung wohnen werden 7. Antrag auf Erziehungsgeld Eltern können unter bestimmten Voraussetzungen Erziehungsgeld für die Erziehung und Betreuung ihrer Kinder beantragen 8. Antrag auf Gewerbeanmeldung Wenn Sie ein eigenes Unternehmen gründen oder sich selbstständig machen wollen, müssen Sie verschiedene Anträge stellen, um Ihr Gewerbe anzumelden und alle erforderlichen Genehmigungen zu erhalten Diese Anträge sind oft notwendig, um staatliche Unterstützung zu erhalten oder um gesetzliche Anforderungen zu erfüllen Es ist wichtig, sich über die spezifischen Anforderungen und Fristen im Zusammenhang mit diesen Anträgen zu informieren und sie korrekt auszufüllen, um die entsprechenden Programme oder Unterstützungen in Anspruch nehmen zu können Steuern und Abgaben Was sind Steuern? Welche Arten von Steuern gibt es? Wann werden Steuern erhoben? Wer muss Steuern zahlen? Gibt es Möglichkeiten, Steuern zu sparen? Was sind Vergünstigungen und wer verlangt sie? Sind Vorauszahlungen Schulden? In Deutschland gibt es verschiedene Behörden mit unterschiedlichen Aufgaben und Zuständigkeiten Einige dieser Behörden sind hier aufgelistet 1. Sozialamt Das Sozialamt ist für die finanzielle Unterstützung von bedürftigen Personen und Familien zuständig Es gewährt Sozialleistungen wie Sozialhilfe und Grundsicherung 2. Jugendamt Das Jugendamt ist für die Förderung von Kindern und Jugendlichen zuständig Es kümmert sich um Fragen der Kinder- und Jugendhilfe wie Kinderschutz, Jugendberatung und Familienförderung 3. Arbeitsamt Das Arbeitsamt, auch Agentur für Arbeit genannt, ist für die Vermittlung und Betreuung von Arbeitssuchenden zuständig Sie zahlt Arbeitslosengeld und Arbeitslosengeld II, Bürgergeld 4. Jobcenter Das Jobcenter ist eine gemeinsame Einrichtung der Agentur für Arbeit und der kommunalen Träger Sie sind spezialisiert auf die Betreuung von Menschen, die Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II, Bürgergeld, beziehen 5. Finanzamt Das Finanzamt ist für die Erhebung von Steuern wie Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Gewerbesteuer zuständig Es prüft Steuererklärungen und erlässt Steuerbescheide 6. Gewerbeamt Das Gewerbeamt ist für die Anmeldung von Gewerbetreibenden und Unternehmen zuständig Es erteilt Gewerbeerlaubnisse und überwacht die Einhaltung gewerberechtlicher Vorschriften 7. Rentenstelle Die Rentenstelle ist zuständig für die Beantragung und Auszahlung von Rentenleistungen, einschließlich der gesetzlichen Altersrente und der Erwerbsminderungsrente 8. Bundesamt für Justiz Das Bundesamt für Justiz ist eine zentrale Behörde für verschiedene gerichtliche Angelegenheiten Darunter das Handelsregister, das Vereinsregister und das zentrale Staatsanwaltschaftsregister 9. Kraftfahrzeugzulassungs- und Führerscheinstelle Diese Behörde ist für die Zulassung von Kraftfahrzeugen und die Ausstellung von Führerscheinen zuständig Sie verwaltet auch die Verkehrsregeln und Vorschriften Diese Behörden spielen eine wichtige Rolle in verschiedenen Lebensbereichen und bieten Unterstützung und Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland Je nach Bedarf können die Bürgerinnen und Bürger mit verschiedenen dieser Behörden in Kontakt treten Lebenswichtige Anmerkungen Warum brauchen wir Geld? Warum ist Geld so wichtig? Was sind Schulden und wie kann man sie vermeiden? Wie geht man mit Schulden um? Was ist ein P-Konto? Können Sie organisieren und planen? Können Sie positive Beziehungen zu anderen Menschen aufbauen? Können Sie eine Beziehung führen? Treffen Sie Entscheidungen eher emotional oder rational? Realistische Zukunftsaussichten Was wollen Sie nach der Schule erreichen? Welche Ziele haben Sie nach der Ausbildung oder dem Studium? Sind Sie bereit, sich auch bei eingeschränkten beruflichen Möglichkeiten selbstständig zu machen? Möchten Sie einmal eine Familie gründen? Möchten Sie Kinder haben? Zieht es Sie eher in die Stadt oder aufs Land? All dies wird in der Schule nicht gelehrt und ist doch so wichtig für das Leben unserer Kinder, um sich in der Welt des Erwachsenwerdens zurechtzufinden. Das deutsche Schulsystem, das nur noch von verrosteten Schrauben aus der Vergangenheit zusammengehalten wird und von primitiven Primaten, die noch nicht in der Zukunft angekommen sind, und die Realität vor ihren Augen nicht sehen, selbst wenn sie eine Brille tragen. Es ist die Minderheit in Führungspositionen, die noch nie in ihrem Leben richtig gearbeitet haben, denen alles geschenkt wurde und die meinen, unseren Kindern das Leben erklären zu müssen. Eine Minderheit der Heuchler und Schulabbrecher. Viele denken es, wissen es und wagen es nicht auszusprechen. Ich sage es, weil es die Wahrheit ist. Ich sage es, weil es die Wahrheit ist.